so als nächstes gibt's spiegelei dafür braucht ihr einfach nur diese eier das erste mal wie gesagt 15 stück erfolgrate 100 prozent jetzt auch ein bisschen runter machen aber macht es euch nicht so kompliziert ihr kocht das ganze rezept habt dann dieses spiegelei ready ihr bekommt die eier folgendermaßen hier auf der karte hier sind die eier überall zu finden hier unten ein bisschen vermehrt im anfangsgebiet sogar einfach snacken und dann könnt ihr euch spiegelei braten wenn es euch gefallen hat gerne daumen nach oben da ansonsten vielen vielen dank fürs zuschauen und wir sehen uns im nächsten rezept haut rein